hallöchen so zahnriemen was habe ich vor mit dem zahnriemen zahnriemen wechsel ganz einfach den ding hier da ist der zahnriemen kaputt da seht ihr das eine drin der ist aber kürzer also passt der nicht der zweite aber der andere der müsste passen den habe ich danach bestellt das ist ein vertikotierer strich rasen lüfter aber ist nicht meine die muss ich jetzt erstmal wieder fertig machen und gucken dass er läuft ich mache jetzt mal die kamera hier auf stativ und dann könnt ihr bei zukunft ja wie mag der akku nicht dran bleiben da kriegen wir das aber hier da weiß man sich ja zu helfen ich habe das kebelband das war Nummer 1 und Mist fest drauf ehe Alter Schwede sind die Dinger fest und die Dinger fest und die Dinger fest Untertitelung. BR 2018 Was ist das? 5M270. 270 mm Umfang. Sagen, dass es ja 405 mm geht. Was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Was ist das, was ist das, was ist das. Gut. Gut, das ist drin. Könnt ihr da gucken. Ja. 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 Einmal, die anderen zwei noch. Einmal, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen, die anderen. Das war's für heute. Ich bin jetzt hier. Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Das ist gut, das ist gut. Schau. 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 Schau, da komm noch eine. Noch eine. Ah, ich weiß wo. Eine kommt ja da oben noch. Ach man, ist das euer Ernst? Ach man, ist das euer Ernst? Muss ich das jetzt wieder abschrauben? Na gut. Mal gucken, ob er wichtig ist. Nee. Null, krass. Ich zieh ihn nur auf 1. Ich zieh ihn nicht weiter runter. Außer es haut hier nicht hin. Ah, das ist toll. So. So. Da kommt die eine Schraube noch an. Nee. Guck da mal ne Feder drauf. Ja. 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 Dann werden wir jetzt wieder zusammengeschraubt. Dann haben wir hier ein Messer da rein. Ja. 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 Na mal ich habe es auch raus gekriegt. Wieso geht sie denn jetzt rein. Rein und nicht raus. Das ist dann auch mein Mann. kann ich meinen rasen vertikotieren zu ende vertikotieren gut dann danke für zugucken und bis zum nächsten mal tschüssi